Das wollte ich als Kind werden. Zuerst wollte ich Bäckerin werden, weil ich Bonbons und Süßigkeiten verkaufen wollte. Und danach, was aber auch ziemlich lang gehalten hat, war, dass ich Journalistin werden wollte. Und das ging auch wirklich bis zum Studium dann. Der beste Rat meiner Mutter. Das ist eigentlich von meinem Vater. Meine Mutter wird sich freuen. Der hat immer gesagt, man könnte alles werden, was wir wollten, nur müsse man darin quasi das Beste sein. Mein größter Erfolg. Ich glaube, dass ich einfach meinen Beruf mit meiner Familie vereinbaren kann. Dass wir das schaffen, dass wir jeden Tag, wir das schaffen, irgendwie unter einen Hut alles zu bringen. Das ist jeden Tag eine Herausforderung und ich bin jeden Tag froh, wenn wir das schaffen. Mein größter Misserfolg. Ich glaube, dass ich auch nach 16 Jahren in Deutschland immer noch kein gutes Deutsch reden kann. Dass ich das immer noch mit Akzent spreche. Das habe ich daraus gelernt. Dass die Deutschen sehr nett mit den Franzosen sind und sehr geduldig. Und ja, und dass man trotzdem das irgendwie schafft. Diesen Erfolg möchte ich noch erleben. Den Erfolg von meinen Kindern. Mein Ratschlag in Sachen Erfolg. Geduld. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Rat, das ich auch für mich bekommen hatte. Und wenn man beruflich Karriere machen möchte, muss man auch Geduld lernen und die Sachen dann den richtigen Zeitpunkt auch machen. TURI 2 Edition. Inspiration für Macher. Expiration für Macher. Jまぁ, äh. Mal そんな Dinge machen. Hast Du. Derivering. Bisto. Vielen Dank.